In diesem Video wollen wir uns mit dem Serienbriefdruck bzw. dem Etikettendruck aus Orgamax heraus mit dem Marketingmodul etwas näher beschäftigen. Auch da schauen wir zunächst mal in einige Einstellungsbereiche rein, schauen uns dann die Filterung für die Serienbriefe bzw. die Etiketten an und dann natürlich auch das Erstellen eines Serienbriefes bzw. eines Etikettendrucks über das Marketingmodul. Zunächst mal ist es wichtig, dass wir bei den Stammdaten wie Interessenten bzw. auch Kunden freischalten, dass diese für den Serienbrief bzw. den Etikettendruck verwendet werden dürfen. Zunächst mal ist das hier im Hauptfenster unseres Kontaktdatensatzes. Das gilt sowohl für Interessenten als auch für Kunden. Hier unten rechts der Abschnitt Marketing und hier kann ich eben festlegen, dass dieser Kundendatensatz generell bei Serienbriefen berücksichtigt werden soll und zwar hier in erster Linie die allgemeine E-Mail-Adresse, die hier festgelegt ist, aber eben auch alle Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, die unter diesem Kontaktdatensatz zusammengefasst sind. Nehme ich dieses Häkchen wieder raus, deaktiviere ich den gesamten Kundendatensatz inklusive der Ansprechpartner für die Serienbrief-Funktion. Das heißt, ich kann die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner dann auch nicht mehr einzeln anschreiben. Aktiviere ich das Häkchen, kann ich bei den einzelnen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern auch nochmal hier separieren. Der eine bekommt einen Serienbrief, die andere bekommt keinen Serienbrief, ebenso wie die Kunden das bei mir bestellt haben. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, dass das alles korrekt eingestellt ist. Wenn ich beispielsweise wie bei diesem Kunden jetzt alles freigeschaltet habe, dann stehen mir die Datensätze hier auch bei der Serienbrief- bzw. Etikettendruck-Funktion zur Verfügung und werden dann eben entsprechend hier verarbeitet. Und zwar zunächst mal nach der dynamischen Filterung hier oben. Hier werden zunächst mal Adressen ohne Straße und ohne Ort nicht berücksichtigt. Wenn der Datensatz nicht vollständig ist, kann ich natürlich auch keinen Brief hinschreiben. Und dementsprechend werden die hier dann entsprechend rausgefiltert. Untergeordnete Ansprechpartner werden mit einbezogen oder eben auch nicht. Wenn ich nur an die Firma allgemein schreiben möchte, dann kann ich das eben mit Weglassen dieses Häkchen bewirken. Weiter kann ich dann genauer einschränken, welche Datensätze genau jetzt hier berücksichtigt werden sollen. Das kann ja zum Beispiel sein, wenn ich Weihnachtsgrüße oder ähnliches verschicke, dass ich das zunächst mal nur an Privatkunden machen möchte. Aus einer ganz bestimmten Kunden- und Interessentenkategorie möglicherweise. Und vielleicht geht es dann eben auch nur speziell an meine Kunden. Das heißt, ich habe hier drei Kriterien gesetzt. Wenn alle drei Kriterien bei einem Datensatz erfüllt sind, wird dieser berücksichtigt. Fehlt eines dieser Kriterien, wird dieser Datensatz nicht berücksichtigt. Denn es ist immer eine Unverknüpfung, keine Oder-Verknüpfung. Das heißt, je mehr Filterkriterien ich ansetze, desto geringer wird wahrscheinlich auch die Menge meiner Kontakte. Auf der rechten Seite haben wir nochmal speziellere Filterkriterien nur für Kunden. Denn hier geht es um Rechnungsdaten. Ich kann zum Beispiel nach der Anzahl der Rechnungen filtern. Ich kann nach einer Gesamtumsatzgröße filtern, wenn eben Kunden einen speziellen Satz hier überschritten haben, kann ich die rausfiltern. Oder eben auch nochmal filtern nach speziellen Artikeln, die der Kunde bei mir schon mal erworben hat. Und dementsprechend könnte ich ihn jetzt darauf aufmerksam machen, dass der Artikel ausläuft und ich jetzt einen neuen Artikel im Angebot habe und er sich dann eben für diesen Artikel entscheiden kann. Sobald ich dann alle Kriterien hier gesetzt habe, kann ich einen Schritt weiter gehen und hier jetzt zunächst mal meinen Seriendruck oder auch Etikettendruck starten. Das geht so, dass ich entweder eine komplett leere Seite über Microsoft Word erzeugen kann. Ich kann, wenn ich bereits einen Word-Brief vorgeschrieben habe, auch eine Vorlage hier laden. Das heißt, ich kann meinen Serienbrief außerhalb von Orgamax ganz gemütlich mit MS Word eben vorbereiten und dann darüber den Seriendruck eben legen. Oder ich kann hier eben auch einen Etikettendruck eben starten mit der Vorlage einer dieser Möglichkeiten, die ich hier habe, um dann Etiketten zum Beispiel auf Weihnachtskarten oder ähnliches aufzukleben. Wir nehmen uns jetzt hier mal eine kleine Vorlage. Ich habe hier schon bereits eine mal generiert. Da ist schon mal ein fertig geschriebenes Dokument im Prinzip und ich kann jetzt hier unten noch den Namen, also Betreffzeile wie beim Newsletter zum Beispiel hier vergeben und starte den Seriendruck jetzt mit Word. Das heißt, jetzt wird im Hintergrund eine Datensatzdatei zur Verfügung gestellt und diese kann ich dann eben in mein Word-Dokument anhand von Seriendruckfeldern hier einfügen. Ich bin hier schon im Abschnitt Sendungen in Microsoft Word, habe jetzt hier meine ganzen Seriendruckfelder, die ich an beliebiger Stelle einsetzen kann. Man sieht, einige sind hier auch schon eingesetzt, die Adresse zum Beispiel und auch die Briefanrede, Vorschau auf die Ergebnisse und jetzt kann ich hier eben durchklicken, welche Ergebnisse hier mit drin stehen. Sobald das erledigt ist, kann ich dann eben die Dokumente ausdrucken. Ich kann die hier über Word auch an E-Mails übergeben, je nachdem, wie ich dann weiter mit meinen Datensätzen hier verfahren möchte. Ich kann alternativ eben auch hier den Massenversand über die Online-Poststelle starten. Wenn ich da eben angebunden bin, übermittle ich einfach die ganzen Datensätze dorthin. Die IO-Factory druckt die dann entsprechend aus, kuvertiert die ein und versendet die. Das ist eine ganz schicke Sache, wenn ich eben nicht jetzt selber 100 Briefe zum Beispiel zukleben möchte. Schritt 4 ist dann noch optional der Historieneintrag. Wenn ich eben möchte oder später sehen möchte, bei welchen Datensätzen, bei welchen Kunden und Interessenten dieser Seriendruck angekommen ist, beziehungsweise wo wir ihn zumindest hin versendet haben, dann kann ich hier eben die Historieneinträge mit Betreffzeile und einer kurzen Textinformation generieren und kann jederzeit dann eben einsehen, jawohl, die haben die Weihnachtsgrüße erhalten, alles wunderbar. Und damit habe ich im Prinzip meinen Seriendruck hier ausgeführt. Entweder wirklich als Brief über eine Word-Vorlage oder eben auch als Etikettendruck, wenn es eben darum geht, tatsächlich mal viele, viele Kunden anzuschreiben, aber eben gefiltert nach speziellen Kriterien.